König Frederik und Königin Mere, die gerade in ihr Amt eingeführt worden waren, hatten ihre erste gemeinsame Staatsreise nach Schweden geplant. Ein Inlandsbesuch in Dänemark, insbesondere auf der Insel Bornholm, wurde jedoch abgesagt, was in der örtlichen Bevölkerung für Unmut sorgte. Beliebtheit des Königspaares und jüngste Ereignisse Seit der Proklamation von König Frederik zum Monarchen am 14. Januar 2024 haben er und Königin Mere mehrere bemerkenswerte Auftritte absolviert. Bei der Proklamationszeremonie freute sich ganz Dänemark mit dem neuen Königspaar, und der rührende Auftritt auf dem Balkon mit ihren vier Kindern ermutigte nicht nur den Herrscher. Seitdem scheint die Popularität der königlichen Familie nur noch zuzunehmen. Absage des Besuchs auf Bornholm Kürzlich wurde bestätigt, dass Frederik und Mere ihre erste Auslandsreise als Königspaar nach Schweden unternehmen würden, obwohl das genaue Datum noch nicht bekannt ist. Das Paar hat sich jedoch gegen einen Besuch der Region in seinem Heimatland entschieden. Nach Angaben von TV2 hatte die königliche Familie vor der Abdankung von Königin Margrethe einen Besuch auf der Insel Bornholm geplant, der nun aber abgesagt wurde. Reaktion des Bürgermeisters und Hoffnung für die Zukunft Die Ankündigung erfolgte durch den Bürgermeister der Insel Bornholm, Jakob Trajost, bei einer Sitzung des Gemeinderats am Abend des 25. Januar 2024. Der Politiker hatte einen Brief vom Palast erhalten. Es ist nicht das erste Mal, dass die Bewohner Bornholms eine königliche Enttäuschung erleben. Im Sommer 2023 hatte Königin Margrethe geplant, die Insel mit dem königlichen Schiff Dannebrook zu besuchen, was jedoch wegen gesundheitlicher Probleme abgesagt wurde. Die Absage des Besuchs von König Frederik und Königin Mere auf der Insel Bornholm war daher eine Enttäuschung für die örtliche Bevölkerung, aber die Hoffnung bleibt, dass das Königspaar die Gegend in Zukunft besuchen kann. Neben der Absage der Reise von König Frederik und Königin Mere auf die Insel Bornholm gibt es mehrere wichtige Aspekte ihrer jüngsten Handlungen und ihrer Popularität, die in dem Video vorgestellt werden können. Am 15. Januar 2024 starteten König Frederik und Königin Mere dem dänischen Parlament ihren ersten offiziellen Besuch seit ihrem Amtsantritt ab. Sie wurden von Mitgliedern der königlichen Familie begleitet, darunter Kronprinz Christian, Königin Margrethe, Prinz Joachim und Prinzessin Benedikte. Nachdem Königin Margrethe ihre Abdankung angekündigt hatte, versammelte sich eine große Menschenmenge in der Hauptstadt, um das historische Ereignis mitzuerleben. Dies zeigt die große Beliebtheit der Monarchie in Dänemark. Bei eisigen Temperaturen versammelten sich tausende von Menschen aus ganz Dänemark in der Hauptstadt, um den Ereignissen beizuwohnen, ein Zeichen für die große Popularität der Monarchie in einem Land mit fast 6 Millionen Einwohnern. Königin Mere, die in Australien geboren wurde, ist nun Königin von Dänemark und zieht sich zusammen mit König Frederik hohen Erwartungen und der Begeisterung der Öffentlichkeit gegenüber. Jüngste Umfragen haben ergeben, dass 82% der Dänen erwarten, dass Frederik sich in seiner neuen Rolle gut oder sehr gut schlägt, und 86% sagten dasselbe über Mere. Dieser Thronwechsel war ein bedeutender historischer Moment für Dänemark, denn so etwas hat es in diesem Land zuletzt vor Jahrhunderten gegeben. Die Dänen müssen sich nun an eine neue Ära unter der Regentschaft von König Frederik und Königin Mere gewöhnen. Untertitelung des ZDF, 2020